Also ich sage immer, es gibt Dinge, die sind, wie sie sind und die sind so, weil sie schon so sind, beweist, sie sind so. Und du kannst jetzt eine Sache aus verschiedenen Richtungen betrachten, mit Schwierigkeiten oder Leichtigkeit. Ich habe irgendwann entschlossen, ich mache die Dinge ab sofort leicht, denn es ist alles leicht. Alles im Leben ist einfach und wenn du sagst, es ist schwierig, dann ist es schwierig. Es ist der gleiche Energieaufwand zu sagen und zu denken, es ist leicht. Und in dem Moment, wo du das aussendest, dass es leicht geht, wird das Universum dich unterstützen und wird dir zeigen, wie es leicht geht. So wie hier, wo ich gerade sitze, ein Tanzapfen nach dem anderen einfach runterfällt. Die überlegen nicht, was muss ich jetzt machen, um mich fallen zu lassen, brauche ich ein Seil oder was? Die fallen einfach. Die vertrauen einfach dem Fluss des Lebens. Und so, wenn du das machst, kannst du wieder zurückfinden in deine Leichtigkeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei, wenn du Unterstützung brauchst, dann lass es mich gerne wissen. Ich bin gern für dich da.